Willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Ja, wir sind noch im Supermarkt, wir machen ihn immer noch unsicher. Wollen wir mal gucken, wo die nächsten Menschen sind, die wir töten könnten. Denn die sind böse, sie wollen uns erschießen. Ey. Die haben die Tür barrikadiert, ne? Hier ist, glaube ich, alles voller Zombies. Und? Gut, hier ist nichts voller Zombies. Ein bisschen Geld. Geld brauchen wir, dann können wir mal unsere Waffen und ich mal wieder aufhören. Und matschig der Kopf. Wollen wir hier noch mal was? Fakten, ne? Sehr schön. Und dann nehmen wir jetzt mal den Baseballschläger. Na, wir haben jetzt dritt in den Kopf. Halt so. So, was zu trinken. Das können wir öffnen, das können wir öffnen. Auch nochmal. Sehr schönes Fleisch nehmen wir auch mit. Ein Schokoriegel, der ist auch mal gut. So, dann geht's jetzt weiter. So, mal gucken wir's jetzt hier auf uns. Hier brennt es auf jeden Fall. Boah, ne, der ist schon wieder. Ich kann den Idioten so nicht leiden. Er ist jetzt mal richtig? Also, wir werden jetzt mal die Böse brennen. Wir müssen mich nicht weiterfalten. Oh, vielleicht bin ich da. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. ich wollte schon sagen ihr wisst schon was ich sagen wollte ja hier müssen wir gar nicht mehr hier müssen wir lang und zack und zack und nochmal da wollen wir mal die killer töten so müssen wir gleich mal was denn zu denn So... Oh, man, we're in. wow was haben wir hier schönes nur noch mal was ich habe immer noch weg immer mal weg bis zu betrotzendet so so alle erledigt sehr schön Oh, das scheint ein kleiner Bug gerade zu sein Leute Okay, das ging aber jetzt gerade schnell Ich dachte, ich kann noch ein bisschen Munition sammeln So, dann nehmen wir mal unsere Baseball Schläger Und wir sind ein Level Up So, dann gucken wir mal Uh, ja, dann machen wir den letzten Punkt da auch rein Das ist sehr schön Dann wollen wir mal Wow Und da von hinten Man, der hat mich jetzt aber gerade erschreckt Nein Nein, ich wollte ihn nicht hauen Mist Mist Ich wollte ihn nicht hauen Ich konnte nur nicht mehr so schnell bremsen Fuck Ist er da nochmal? Nein, jetzt ist er tot Uh Oh, was haben wir denn jetzt Schönes? Höhöh, kommt er her Pum 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 So, nur bis hin. Hi mit ihr. Wir haben euch alle besiegt gehabt. So, und da müssten wir jetzt eigentlich wieder zuhause sein. Sehr schön. So. Wo wir denn jetzt wieder? Vielleicht mal erstmal. Kann man das reparieren? Reparieren. So. Das ist unser neues. Das ist das. Das haben wir auch mal. So. Den reparieren wir erstmal nicht. So, ob der andere stärker. Der ist auf jeden Fall stärker. Das reparieren wollen. Wir gehen mal auf Update. Den Updaten nochmal. Ein Update. Das zweite Update können wir uns leider nicht leisten. Modifizieren können wir. Auch nix. Naja, ist okay. Oh. Hier waren sie noch gerade am neben. Oh, hier den lieber wir nicht mögen, ne? Ich habe eine Granate, Jungs. Ich habe eine Granate. Fuuuum. Ha ha. Das ist auch noch geil. Doch mit dir. So. Und wir müssen jetzt hier die ganzen Zombies auf einmal her. Und zack und zack und zack und nochmal jena noch mal und noch einmal los was ist denn das ein level aufstieg so alle erledigt sehr schön level aufstieg dann gucken wir direkt mal was ist das denn gezielte schüsse herkommen erhöht den schaden mit feuerwaffen herkommen immer das machen aber jetzt nehmen wir es mal unseren morgens den ich schon wieder auf punktum es reicht aber ab unseren morgenstern und nochmal Boom, kaputt kaputt So, gucken wir mal hier nochmal rein Wow Dann müsste man den an den an zu gehen Ok Jetzt haben wir ihn Was wir in den reingespumpt haben Ein Diamant Ein Diamant Essen Unser Morgenstern Auf jeden Fall nehme ich die Waffe Morgenstern So, gucken wir mal schnell Hier lang Auf oder runter? Runter Runter müssen wir Alter Leck mich durch Wow Wir laufen vor dir weg Ist glaube ich einfacher Das war aber echt gerade Hammerhart So Wir sind wieder in der Kalonisation Aber ich sag euch Das machen wir nächste Woche Nächste Woche geht es ja weiter Bei Let's Play Dead Island Ich danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Woche Bei BürgermLP Und tschüss Dann Bitte Untertitelung des ZDF, 2020